Hallo und herzlich willkommen zu einem ESC-Ausbruchmodus. Dann pack ich die hier schnell alles hier ein. Runter geht's. Morgens Appel. Irgendeine Aufgabe war das da. Einen Jock habe ich noch offen. Nein. Oh nicht. Okay, wie kann man am besten Tag 8 haben? Denn wir schon. Klebeband brauche ich. Das ist ein bisschen mehr. Kart. Klebeband. Saum. Und Folien. Na komm, verhauchten ist da so nix dabei. Außer ein Messer. Pfeile ist auch nix dabei. Ja. Verhauchten? Nicht. Ich suche eine Paterie. Ist auch nicht gerade selten, oder? Ja. Das ist Weimar Klebstoff habe ich jetzt wieder. Heißt? Keine Toilettenpapierrolle. Hier ist mein Schlafstück abgeblieben. Ähm. Ähm. Kart. Buch. Schlebeband. Schlebeband. Einmal muss ich mal. fahruchen. Oh, Ich darf nicht mal fahruchen. Jee. Tollten Batsch hier, holle Untermerkleber, besser kann man nicht laufen, so, dann rauche ich die Ewchen nicht mehr. Tassen brauche ich, glaube ich, nicht mehr, habe ich alles. Einmal Tassen, dann zweimal Klebe habe ich dazu, dann einmal zweimal Klebe, dann einmal Klebeband, Profil, nämlich mit, Herfellung, der Panzer, und fertig, das lasse ich auch hier. Und weiter durchsuchen. Dann, hier geht's lang. Klebe. Noch mehr Klebe, Schokolade, jetzt habe ich wirklich viel Klebe gefunden. Das ist toll. Einer, zweimal, dreimal, einmal gucken. Eine Tasse Apel, heiße Schokolade, Klebe gefunden. Eine Zelle muss ich noch besuchen. Ach, schön. Nein. Gut, nicht meine Zelle. Oh. Oh. Acht, neun. Acht, neun. Acht, neun. Nein, meine Schokolade. Ja, meine Schokolade. Und die Schokolade. Mal mit das Apel. 55. Und ich gehe schneller. In meine Zelle. Du kannst mich jetzt gerne verhauen, die Wache. Ich habe nichts dabei. Außer nur Klebe. Zurückpacken. Ich nehme mich zurückpacken. So. Nachmittag. Ich bin auf der Insel. Ich bin auf der Insel. Ich habe hier noch einen Platz. Wieso packe ich da ein? Das ist nicht illegal. Hals, du kommst weg. Dann mache ich noch ein Pappmaschee. Einmal. Hals, du kommst weg. Das ist nicht wo. Ich komme, te ich nur. Ich bin auf die niche. Ich habe, keine Ahnung. Ich bin hier im Sommer. visitorslos, dir so war es im Ort. Der Stolz ist los. Was brauche ich morgen? Ah, ich wollte es jetzt wieder. Klebeband und Hasiertchen, ich brauche es. So. Ich werde mich auf dem Weg bringen. Ich werde mich auf dem Weg bringen. Ich werde mich auf dem Weg bringen. Was brauche ich noch? Hier. Start. Holz. Holz. Und Hasiertchen, ich brauche es. Und ich habe noch einmal Holz. Ich habe auch oben noch Holz. Aber ich, ich verschwende und gewesen. So. Dann Paul. Ich mal. Ich brauche es frei. Ich brauche es mehr. Auf 60. Bauen. 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 Jetzt ist es um 9,90 Uhr, dann hat es hier weg, dann nehme ich es mit, dann nehme ich weg, dann mache ich noch eben noch einmal eine Paz-Maschee-Holle, Flucht und Schacht, Gitter, und dann fange ich hier hin, hochduschen, duschen habe ich leider nichts mehr geschafft, dann hole ich meine Waffe hier hinten wieder, ich muss nur eine Zelle noch durchsuchen, ne, ab und ab, ich muss nur zwei Zellen durchsuchen, Toilettenpapier, nehme ich noch einmal mit, Klebstoff brauche ich nicht mehr, ja, verhau, ich muss einmal kurz hin, einmal gespeichert, und dann schlafen gehen, oder Nachtfeuer. Okay, dann komme ich wieder hier hin, dann nehme ich meine Waffe, und schlafen. Gut, speichern. Und anfangen mit der Zellung durchsuchen. Und anfangen mit der Zellung durchsuchen. Zellung durchsuchen. Schlafen. Ist auch nichts dabei. Schokolade. Eine Zelle muss ich noch durchsuchen. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Und gehe ich mal zu Fushockern. Zellung durchsuchen. Und dann gehe ich mal zu Fushockern. Und Arbeit. Ich probiere mal einen anderen Job zu bekommen. Fushockern. Ich will mal was Neues ausprobieren. Immer noch Hausmeister. Nicht so spannend. Zellung durchsuchen. Ich kann immerhin dann unendlich Holz und Metall holen. Arbeitszeit. Und welcher Aufwichter hat Ton und Schlüssel. Und nehmen. Und nehmen. Und nehmen. Und nehmen. Und den Professor wieder zurückhält. Ganz. Einmal. Und nehmen. 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 Und. Gucken. Metallfärscher. Bewerben. Und habe ich den schabiert. Ah, ich habe durchartig nichts verloren, einfach nur meine Raffung. Habe ich sofort einen offener Stadion bekommen? Oh, meine... So, ähm, einmal ein Spielchen nochmal neu laden, dann, aber das war's auch für diese Folge. Tschüss!